Warte mal, wo gab's denn den drin, dieses Ding? War der doch nicht hier mal versteckt? Da kommen wir her, ne? Warum schleiche ich eigentlich? Vielleicht gucken wir mal auf die Karte, dafür haben wir die ja. Baggy Cam, Baggage Cam, Passenger Lounge. Ja, da kommen wir jetzt gerade gar nicht hin. Warte mal, hier ist ne Tür zu, ist die Tür nicht zu? Ich kann mich aber auch erinnern, dass ich das Ding ewig besucht hab. Ach, ich glaub hier nochmal rum. Hier vielleicht rum. Ne, ach so. Ne, Moment. Ne, das kriegen wir jetzt nicht auf. Irgendwo ging das doch rum. Hier vielleicht durch? Ne. Hier ist die Tür zu. Ah, warte mal. Plasma Torch. Haben wir ja alles Brauch, haben wir alles nicht. Wo kriegen wir das denn? Hier ist ja richtig Duster. Und hier in die Tür könnte ich mich ja durchzwängen. So dick war sie jetzt nicht. Aber will sie nicht. Ne. Ich fühl mich trotzdem dick. Frauenprobleme. Ne, warte mal, wo ist denn das? Ja, warte mal, also. Oder doch hier lang. Oh, da kommen wir doch her. Oder nicht. Schauen wir nochmal zurück. Leck mich am Arsch. Was ist das denn hier? Kostetenspiel doch. Warte mal, da geht's lang. Fuck the Marshals. Oh je. Hier war... Ah. Hier sollen wir rinnen. Noch mehr Fickelheftchen. Aha. 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 Dass wir drüber geredet haben. Nee, ich will mich gar nicht heiden da jetzt. Jetzt nicht. Aber erst mal abspeichern. Oh Gott. So, kurz. Die Nase schnäuzen. Das war auch gut kombiniert. Safe und Nase schnäuzen ein. Schacht gespielt. Hier haben sie... Aha. Big Dog. Alles klar, oder? Ne? Worum es hier geht. In diesem Spiel. Da ist eine Tür. Hier ist eine Tür. Oh. Das sieht aus wie so ein Kontrollraum. Da alle Kontrolle. Und sie laufen. Was läuft denn da? Kann man nicht... Kann man nicht lesen. Sollte man nicht lesen. Hier brennt es. Hier ist gar nichts. Machen wir hier lang. Kommt die hier nicht her? Ist alles so gleich aus? Oh. Boah. Was? Waste. Let's do. Was? Kann ich gerade nicht lesen. Waits. Leto. Ass. Was wollen die? Also mal schreiben lernen. Und fangen richtig rum. Hier ist gar nichts. Außer... Können wir noch eine Runde duschen jetzt. Hm, hm, hm. Wasser ist zum Maschen da. Von Lari. Von Lari. Auch zum Zähneputzen. Was suchen wir eigentlich? Ach so. Irgendwas zum Tür aufmachen. Mit dem Ding könnten wir noch rumfahren. Können wir wenigstens noch Spaß. Oh, ich finde schon wieder so eine Seile. Ist ja auch schon wieder spät. Geht noch. Oh. Der wurde wahrscheinlich mit dem Geräter schlagen. Fuck. Fuck. Ja, sie sagt das. Genau, das sollen wir dem aus der Hand nehmen. Ja, mit der Leichenstarre. Wunderschön. Das sieht nicht nach einem Alien aus. Die haben sich gegenseitig platt gemacht hier. Naja, okay. Aber wie im Moment. Dann gibt es doch hier bestimmt wieder so ein Kriechding. Ja, ja. Was ist denn was hier? Schächte. Das müssen aber Schächte sein. Lacka. Obwohl, eigentlich, wenn es blitzt, immer lächeln, ne? Aha, Kassettenspieler. Ich glaube, ich möchte eine Beleidung machen. Die höchste Autorität, okay? Mein Name ist Zachary Watson. Das ist Watson. Du verstehst? Meine Beleidung ist das. Die fucking Karschäte. Ich denke, ich habe das nicht mehr gemacht. Das ist der Job. Das ist der Job. Das ist auf der Station mit uns und niemand weiß, was es ist. Niemand fucking weiß. Sie pute Bracen in die Tür. Lockdown. Ich habe, ich habe, dass ich etwas rausgehebe. Ich bin fucking terrified, man. Ich bin fucking... Oh, shit. Es ist so cold. Ich denke, das fucking Ding auch nicht funktioniert. Er redet. Und jetzt Press A. Tastendrückerei, ne? Er meinte, irgendwas ist hier unterwegs. Also ist es doch schon Alien da oder irgendwas mal los? Oh je, oh je. Na, jetzt kommen wir durch die Türen. Das ist schon mal. Das ist die Musik immer so klappimpert dann, ne? Was war das jetzt? Beide Maustasten drücken. Und dann A drücken. Und hier sieht man, wo es hin soll. Bescheuert. Komische Sperren. Ich frage mich, ob die wirklich funktionieren oder ob es sowas wirklich gibt. Ich frage mich, ob es sowas ist. Ich werde ganz sicher machen, ob es jemand sein kann. Nein? Tiefer Mann, hm? Turner, schau die Tape. Vielleicht ist unser Freund hier nur schade. Das klang wie ein Verhör, ne? Und das, weil die da eben einen Raubzug gemacht haben. Und dann, ja, ja. Ach so, die Space Marines, also die Marshalls haben sich da mit den Leuten da. Oh je, also hier war auf jeden Fall ganz schnell. Und Alkoholiker sind es auch noch und alle können sich nicht leiden. Und dann haben sie sich geprügelt und dann war ich einfach Krieg auf der Station. Wie krass. Realistisches Szenario irgendwie, ne? Also für Amis. Oh Mann, eigentlich traurig, oder? Ja, jetzt kriegen wir das Ding hier auf. Und ich weiß jetzt auch wie. Beide Mausknöpfe drücken. Und dann, ah, jetzt macht es automatisch. Und dann, ah, jetzt machen wir das Ding hier. Da sind keine Szenario hier. Da sind jetzt. Well, das ist gut news. Weil es nicht so gut hier ist. Something blew jetzt jetzt. Rocked das ganze Stadt. Ich habe es. Aber, lady, das ist die least von unseren Problemen. Ja? Ja. Das ist auf der Station. Das ist das, was du nicht glauben. Wie was? A Killer. You get it? Okay. Okay. What's your name? Axel. I was boarding with two colleagues. EVA. We got separated by the blast. Can you help me find them? Why? Because you seem to know your way around. No, I mean, why? What's in it for me? I placed it on the ship. How do I know I can trust you? I need to find comms. I need to contact my ship. This is your lucky day. Let's go, sweetheart. Seeks and comms is in the Sista Expire. It's quite a distance, but we can get to the transit through the freight area. But watch yourself. We can get into all sorts of trouble there. Okay? Come on, I don't want to stick around here long. Damit nichts in Betrieb genommen wird, so lange dran gearbeitet. Die Dinger gibt's wirklich? Blend nie aus. Okay, muss man da auch dann beide Maustasten drücken und dann A. Interessant. Ja, gehst du vor? Soll ich vorgehen? Naja, gut. Was that you, following me back there? I had to keep my distance. Can't take any chances. Stick close to me. What? Hey, don't move. Oh, oh, okay, okay. We're not looking for trouble. Who are you? I'm John. This is Ringo. They're just some assholes. We haven't got time for this. Come on, Jana. We're trying to get to comms. Can you help us? We don't need their help. We don't need their help. Don't tell them anything. Look, I've got the elevator working. Jana, let's go. Okay? I, I'm sorry. Good luck. Get auf sich gestellt. Toll. What the hell was that about? Why are you so damn aggressive? Everyone's running shit scared. Keeping to their own. Sefer that way. Okay, I'm just going to be excited. I hope this ship of yours is the real McCoy. Oh, how detailliert is here all the way. Also, Licht und Schatten is irgendwie alles. Der Hammer. I enjoy this. Voll. Also, wohnen möchte ich hier nicht. Also, ich kann es ja gar nicht putzen, den Scheiß. Aber. Was? Karte. Hold up. Let me get the elevator. Allow me. Place is old. Needs a special touch. Na, schon wieder. Was? Wie hat er es denn aufgemacht? Da stand doch Restore Power. Aha. Jetzt soll ich? Du guck doch so. Wer war denn? Wer war denn aufs Maul, Junge? Ceramelli. Hallo. Was ist ein Mörder? Was bedeutet das? Oh, ein Alien ist doch schon an Bord. Scheiße. Nee, nicht beide Maustasten, vier Augenprinzip. Ach, Abkab- und Übergab- und Protokoll. Äh, gibt Sinn. Versteh, versteh. Oh, spannend, so was mal zu erfahren. Das gibt, also solche, ne, also. Kriegt man als Normalbürger ja nicht mit. Da hustet einer, überall sind es am Husten. Wie es ist passiert, wir affusten sind. Das ist Bullshit, Mann. Wir sollten uns suchen, einen Weg weg. Sind Sie verrückt? Es gibt keinen Weg weg. Zumindest sind wir hier safe. Seit wie lange? Was, wenn sie für uns kommen? Dann schütteln wir sie weg. Jetzt schau, du machst mich nervös. Hey, wir können das tun. Trouble. Wir müssen zu random gehen. Fuhl mir. Ja, endlich geht er mal voran. Finde ich, finde ich nett. Ach, du bist so lahmarschig. Warum sind Begleitquizts immer so lahmarschig? In jedem Scheißspiel. Und jetzt krieg doch einfach rein. Nee, du musst eh drücken. Ja, natürlich. Also es gab Alien-Kontakte, aber da habe ich den DLC gespielt, aber das lade ich auch später noch auf. Was ich mich frage, wo hast du hingekackt, wenn du hier wohnst? Immer eine Kiste für eine Woche? Hat er das Radio gerade wieder angemacht? Ja, ja, Flashlight. Erstmal speichern wir. Boah, ich brauche gleich erstmal eben fünf Minuten Pause. Mal kurz strecken und alles. Wo ist denn die Flashlight? Nur die Batterien? Ach, so ein Headset-Light. Was ist denn, ein Mini-Ding? Warum gibt es da sonst einen Zaunt bei? Und wir wollen nicht get caught. Let's go. What now? I'll watch the vent. There's another vent round here somewhere. I'm at it so I wouldn't forget it. How about you look around? We're not going anywhere until you find that vent. Axel, is this it? Hold on, I'm coming. You can do it alone in the dark, ne? I'm not going to let you do it. I'm going to save the batteries. I knew it was somewhere. See? I've covered it. Yeah, come, mach hin. Oh, that's so larm. Come on. Come on. Put the cookie down. Come on. Come on. It's not smart to stay here too long. Nee, wir sollten wirklich keine Zeit verlieren. Ja, hocks da ja schon wieder. Everyone travels around here. Just those that want to stay alive, sweetheart. Torrens, so that's your ship, huh? Quiet. I hear something. Yeah, I hear you. Will do. Gotta go meet the others. Something's going down. There's always something going down. Come on. We don't want to piss him off. Follow me. It's, 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 it's all. Bing. Bing. Okay. Gotta be quiet here. Don't shine that flashlight. Bing. Quietly. Ist ja gut. Regt der sich auf. Ach, die Nummer war das. Ja, ich erinnere mich. Boah, aber ich muss, bevor wir uns natürlich schlängeln, ich muss mal kurz fünf Minuten Pause mich mal strecken, rechnen, machen, tun. In meinen Kaffee einschütten. Und, äh, sag ich, Ja, ich weiß ja, wo das Spiel ist. Also ich hatte damals so weit bis zum Alien sogar gespielt. Dann dann irgendwie irgendwann dann kamen andere Spiele und die kennt ihr, wer das ist. Ja, ja, ja. Wo ist die Erkrankung? Psst, jemand anderes war hier. Jeder, bleib alert. Keep your guns tight. Shoot anyone, you don't know. Stick around, wir wollen checker's stock. Genau alles ab, was sich bewegt. Sie sind armiert. Too many of them to take on. Take on? We still got to get through there. The door at the end. How? Wie länge die ab? Ja. Ja. You're smaller than me. You'll make less noise. Great. Which one of you checked our supplies last? I did. What's up? You decide to help yourself a little? What the? Ja, da mussten wir, glaube ich, irgendwie mal hinten rum lag, schmutzigen, dass... What the fuck is that supposed to mean? Hey, he's been with me the whole time. We missen food, ammo, meds. If it's not one of us, then we were right. Someone's been in here. This is no good. We're supposed to be secure down here. Damn it. What about the lock, Joe rigged up? Sehr gut. Sehr gut. Seal tight. Eyes open. Einkaufswagen. Keep your guns ready. Someone's going to have to tell the boss. Boss? He's a goddamn store clerk. Yeah? Maybe you think you could do better. She's not saying that. Okay. Just saying that... Just stop saying. And help me check the rest of this stuff. That is, if you can keep your trap from running for five seconds. Is that? Ah, that is the generator, oder? What the hell just happened? It just turned itself off? No. Somebody's here. Check it out. Everyone with me. Glad I'm not alone anyway. I don't know how long it's going. Who's there? Come out! Doesn't seem to be broken. How would you know I'm dying? If the generator had blown, there'd be smoke. Well, it's not working now. Maybe the safety got tripped. Could have been a rodent. Got stuck in it. Set off the safety. Huh. A rat. Big fucking rat. Let's keep it down. It's still close by. Follow me. Das war ja spannend. Huiuiui. Da haben wir aber ganz schön was durchgestanden. Junge, Junge, Junge. Ne? Und dann speichern wir mal ganz schnell ab. Fühle ich mich direkt besser. Und jetzt soll ich vorgehen? Okay, ist nur fair. Du bist auch schon mal vorgegangen. Finde ich eigentlich gut, dass wir da dran gedacht haben. Ach, hier, da war mir was. Ich erinnere mich. Weil Wasser aus den Rohren läuft, ist so. Verruhigend ist alles. Hätte er noch erzählt. Lese ich hier nochmal. A blind eye. Also, ich hab's geschafft, meine Hände auf den Stoff zu legen. Nee, also worüber wir hier reden. Der Chef wollte mich nicht mal notizieren, also mich nicht wahrnehmen, dass irgendwas gefehlt hat. Und Sings, also Sachen gehen immer verloren, wenn Stationen, äh, Closing Dawn, also nicht abgeschlossen werden, sondern runtergefahren, also, ähm, geschlossen werden. Doch, geschlossen ist richtig. Also macht ihr keine Sorgen über irgendwelche, irgendwas. Also, ne? Sinclair hat mir den Männern gesagt, äh, turned a blind eye, keine Ahnung, hat Auge gemacht. Also Sinclair, ne? John Sinclair. Könnt ihr noch die Hörspielkassetten? Ich fand die gar nicht so gut. Die fand ich gar nicht gruselig. Aber der hat Auge gemacht, ne? Und, äh, sie haben wahrscheinlich, waren sie beschäftigt, Blödsinn rumzumachen und erkennen das. Also irgendwie was zu machen, um mich irgendwie zu bemerken. Ja gut, spannende Geschichte, Junge. Was ist denn sonst noch was? Die Zwei-Mann-Regel. Achso, ja, kann ich so jetzt sagen, da steht drin, dass wir hier so mit zwei, zwei Männern, oder Männer, Sternchen innen, die Tür öffnen müssen. Inventory lässt. Ja, Inventory, Inventory, nehmen wir eh mit, wenn wir was finden. Das müsst ihr mir nicht vorher auflisten. Ja, geh du schon mal zurück. Es ist Zwei-Mann-Regel hier, ne? Hast du gehört. Hier, ich stelle mich jetzt hier dran. Jetzt will er, dass ich da hingehe, ne? Wieder zurück. Ja, geh du zurück. Ich fühle mich hier sicherer. Hat der gerade gesagt, ich. Und ich sage auch, okay. Ja, ich bin hilrig. Die Entscheidung würde ich gerne mal fällen als Spieler. Da müsste er mich fragen, soll ich oder du? Lass das mal ausdiskutieren. Lass es ne Sitzgruppe machen. Eins, zwei, drei, mach. Schneller. Und jetzt. Da ist aber jemand. What? Ja, natürlich. Ach so, warte, helfen wir ihm doch. Er ist so überflüssig und dann. What? Irgendwie passiert nix. Jetzt. Oh. Fuck. Let's go. The others are on their way. We need to go. No. Hey, you bastard. Put the cookie down. No. Shoot him. No. Shit. I think he's dead. They killed him. Ja, lauf, Junge. Come on. You killed that guy. Because he was going to kill me. You saved my life. This is about survival. Do you understand? Do you understand? Do you understand? I hear something. I hear something. Axel? What if I go on me? Okay. What the hell was that thing? Das ging so schnell. Ich hab'n grad lieb gewonnen. Kalki. Hallo? Kommst du nochmal wieder? Deine Pistole hätt' ich gern. Ja, ne, hätt' man ja mit rechnen können. Das Spiel heißt ja Alien, ne? Aber ich war trotzdem. Oh, hier ist da gerade sehr dusster. Wir haben eine Flashlight. Will ich jetzt hier sein? Wo sollen wir hin? Was sollen wir machen? Was ist die Aufgabe? In die andere Richtung zu gehen. Hab'n verstanden. Alles klar. Mach'n wir. Tschö. Sieht aus wie Lego hier. Hier geht's nicht weiter. Da geht's weiter. Hier geht's nicht weiter. Wo geht's weiter? Da klopft wer. Das Alien klopft. Da gehen wir da nicht hin. Oder? Sollen wir da hin? Weiß, wir sollen da hin. Aber wie kommen wir da hin? Ja, klopf, klopf, klopf. Hallo? Lichtzeichen. So wird doch nix. Und jetzt? Hat einer eine Idee? Ohje, 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 ohje. Aber wie kommen wir da jetzt lang? Da haben sie geklappimpert. Da muss ich den Knopf drücken. Nein, auch nicht. Hinterherkriechen will ich nicht. Hat er gesagt? Da ist geschlossen. Und da könnte ich ab... Hä? Hab' ich jetzt irgendwas verpasst? Hab' ich jetzt irgendwas verpasst? Hätt' ich schneller rennen müssen? Ne, da komm' ich nicht hoch. Da klopft es doch. Macht einer ein Lied? Sind wir in Berlin, oder was? Ja, ihr? Hallo? Hallo? Ist nix. Ich bin für Vorschläge offen. Hat einer eine Idee? Hey, hat jemand einen hilfreichen Vorschlag? Ich weiß grad nicht weiter. Wieso geht's hier nicht weiter? Was ist denn... Was ist denn jetzt das Problem? Das ist so ein Raum wie in Alien 1 oder andere auch geschnappt wurde. Klassiker. Dem nachempfunden. Aber... Das ist ne Werkbank. Was will ich an der Werkbank jetzt arbeiten, oder was? Hm, müssen wir hier doch zurück? Ach, Moment mal. Stimmt, hier konnte man ja durch die Ebenen fahren. Wow. Okay, da ist ein Sicherheitsraum. Wo sollen wir hin? Was haben sie gesagt? To the System Spire. Ah, okay, jetzt weiß ich, was wir von mir wollen. Systech Spire. Was heißt denn Spire nochmal? Sind beide richtig, aber eins oder zwei? Nicht aufgepasst wieder. Ist egal. Okay. Nehmen wir eins oder zwei? Achso, das sind wahrscheinlich nur... Zwei Gleise in dieselbe Richtung. Okay. Ich bin... Es ist spät. Es ist... Wir haben Geisterstunde. Ich glaube schon wieder so. Bedrohig. Wer steht denn da hinten? Keiner. Was ist das jetzt für eine Spannung? Warum? Ist da jetzt gerade total sinnlos. Hier ist doch nichts, oder? Ist hier was? Musik ist ein Feind, manchmal. Signing off. Applaus Er зем Gestale und stirbt in Mannheim. Wie ist das? Ja.